Guten Abend meine Damen und Herren. Der Bündner Skifahrer Silvano Beltrametti, der in Valdiseer gestern nach dem Super G als Dritter auf dem Podium stand, ist heute in der Abfahrt schwer gestürzt. Er hat sich so ernsthafte Rückenverletzungen zugezogen, dass er gelähmt bleiben wird. Der 21-Jährige befindet sich im Universitätsspital von Grenoble. Die jüngste Diagnose hat die schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Silvano Beltrametti ist vom sieben Rückenwirbel an abwärts gelähmt. Der 21-Jährige Beltrametti war an einer der schnellsten Stellen der Strecke frontal in ein Sicherheitsnetz geflogen und hatte dieses mit seinen Skiern durchschnitten. Ja, es war so 150 Meter vor meiner Stelle, wo ich stehe. Das hat ihm ein Ski gefangen und er war chancenlos zum Korrigieren, weil er es ausgehoben hat. Ich hatte keinen Druck mehr am Ski und er ist dann direkt ins Netz geflogen und dann durchs Netz. Und das war das Schlimme dabei. Beltrametti war hinter dem Fangnetz in die Bäume gerast und in einem Geröllfeld liegen geblieben. Während der ärztlichen Erstversorgung hatte ich keine Angst, dass sein Leben in Gefahr sei. Aber wir konnten nicht genau abschätzen, was passiert. Deshalb war eines klar, er hätte von einem Moment auf den anderen das Bewusstsein verlieren können und das war meine ganz große Sorge. Silvano Beltrametti liegt zur Zeit in der Intensivstation des Universitätsspitals Grenoble. Sein Zustand ist stabil. In Grenoble ist jetzt Jean-Daniel Müdry zugeschaltet, Direktor des Skiverbandes SwissSki. Guten Abend, Herr Müdry. Herr Müdry, wie geht es im Moment Beltrametti? Ich war vor zehn Minuten noch bei ihm auf der Intensivstation. Seine Situation ist im Moment stabil. Es geht ihm den Unstimmenden entsprechend eigentlich gut. Müssen auch Sie die Lähmung bestätigen? Richtig. Wir haben eine Kommunikation herausgegeben, dass um Viertel vor sechs, also verschobener Bruch auf Höhe des Brustwirbels T6, T7, mit Verletzung des Rückenmarks. Das heisst, eine Querschlitzlähmung muss bestätigt werden. Man sprach auch von inneren Verletzungen. Was ist mit denen? Ja, man sagt, dazu kommen innere Blutungen im Bereich der Lunge. Zurzeit ist er auf der Intensivstation und für die Überwachung bezüglich Kreislauf und Atmung. Aber man kann sagen, sein Zustand ist jetzt stabil. Sie haben ja mit den Ärzten gesprochen. Wie sind denn? Kann man schon etwas über die Aussichten sagen? Wie sich das entwickeln wird? Nein, das kann man im Moment nicht, weil in den nächsten Tagen wird noch untersucht. Es ist so, dass die Ärzte sagen, dass im Moment gewartet werden muss, bis man überhaupt entscheidet, wie es weitergeht. Morgen werden die Ärzte dann weiter schauen und morgen wird auch seine Familie anwesend sein. Fatal war ja bei dem Unfall, dass das Netz gerissen ist. War damit etwas nicht in Ordnung? War es zu schwach oder nicht richtig angebracht? Das kann ich und möchte ich nicht beurteilen. Ich habe noch vor Ort der Gendarmerie von Waldiser den Auftrag gegeben, eine Untersuchung einzuleiten über den Unfallhergang und die Sicherheitsvorkehrungen auf der Piste. Vielen Dank für diese Auskünfte, Herr Müdry. Die Abfahrt von Waldiser, an der Silvio Beltrametti so unglücklich gestürzt ist, hat Stefan Eberhardt der Österreich gewonnen, gefolgt von Kurt Sulzenbacher Italien und Michael Wallhofer Österreich. Die Abfahrt von Waldiser, an der Silvio Beltrametti so unglücklich gestürzt ist,